Es gibt ja bekanntermaßen für alles eine App, aber wie ich eine App installiere und dann auch wieder lösche, das zeige ich dir in diesem iPad Snack. Um eine App zu installieren, wechsle ich zunächst in den App Store und suche die App über den Reiter Suchen. Wichtig ist, dass ich hier schon mit meiner Apple ID angemeldet bin. Ansonsten werde ich beim Laden der App noch einmal aufgefordert, mein Passwort entsprechend einzugeben. Ich lade in diesem Beispiel die App SimpleMinds und könnte jetzt über den Klick auf die Wolke mit dem Pfeil nach unten die App einfach runterladen. Dieses Symbol zeigt mir an, dass diese App bereits installiert war. Möchte ich mich aber noch einmal ein bisschen genauer über die App erkundigen, dann klicke ich sie an. Hier kann ich mir in der Regel Bilder, Videos, Beschreibungen, Rezensionen angucken und habe weiter unten auch die Möglichkeit in der Kategorie App Datenschutz noch einmal anzuschauen, welche Daten von mir erfasst oder vielleicht auch nicht erfasst werden, damit ich mich bewusst für die App entscheiden kann oder auch nicht. Wir laden die App mal herunter, indem wir einfach auf das Symbol klicken und gehen dann mit dem Homebutton raus auf den Homebildschirm. Dort sieht man dann, dass die App installiert wird, bis der Fortschrittsbalken eben vollständig ist. Jetzt ist die App installiert und ich könnte sie benutzen. Eine App löschen kann ich, indem ich das Symbol mit dem Finger etwas länger auswähle. Hier erhalte ich ein Kontextmenü und könnte entweder über die App entfernen, das Ganze entfernen oder ich wähle mit dem Finger die App wieder lange aus. Und zwar so lange, bis ich in den sogenannten Bearbeitungsmodus komme. Das erkenne ich daran, dass die App-Symbole wackeln und über einen Klick auf das Minus oben links und Zweifaches bestätigen, kann ich die App dann wieder von meinem iPad vollständig entfernen. Und wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt möchte, auch wieder installieren. Untertitelung des ZDF, 2020